So, meine Damen und Herren, ich habe mir gerade noch mal einen Kaffee kurz gemacht, um 10 vor 9 abends. Genie! Bitte keine Waffen. So, meine Damen und Herren, ich habe noch mal einen Kaffee. So, meine Damen und Herren, ich habe noch mal einen Kaffee. So, meine Damen und Herren, ich habe noch mal einen Kaffee. Was ist das? Okay, Monizonsammeln, der automatische Auffänder rüber geht, okay. Digga, ich will da gar nicht rein. Puh, 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 Puh. Mittelalter Mod, okay. Frucht brauche ich nicht, bin schon so fruchtig genug. Das ist was ich spreche. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Trotzdem muss ich aufpassen und ausreichend vorausschauen, guck in die Munition. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Thank you. God bless you. 1500 so bin ich dann ich bin da oben das ist die pumpstation ne die pumpstation will ich gerade gar nicht ich muss gerade ein bisschen raussuchen sucht das bild von jacks tochter so dass er gott im down Oh! Kill the deuce! Kraftlose Pistole. Wieso sagt er jetzt, ich soll links laufen und so laufen, wenn ich auch so laufen kann. Oh, ein Schlag hat gereicht. Oh! 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 Digi! Wo ist mein Ding geflogen? Oh! 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 Spiele ich halt noch nicht mit einem Hammer. So, ich mach mal, ne? Schaden anrichten. Ich bin da. Da ist die Pumpe. Wieso war jetzt da die Pfanne gelb? Was ist das für kahl? 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 Das Messer ist scheiße. Was ist das für kahl? 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 Was sind das für kahl? Was ist das für kahl? Das war's für heute. 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 Danke. Danke. So, du willst mich jetzt zur Pumpstation haben. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ja so ist er den will ich ja gar nicht haben er bringt vielleicht erfahrungspunkte aber ich kann wer zu klar falsche bereich Gott, sieh da. 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 Oh mein Gott, du hast es geschafft! Vielen Dank, danke! Hat aber 474, der mehr Schaden... Vorzüge doch, wie das auch mit meiner Bergbank... Ich schlaiere bitte ein wenig Schaden zu sein... wieso steckst du mich immer wieder zu dieser piste mich so hin wo ich gar nicht hin will wieso Wieso sagt er, ich soll da oben lang gehen, Digi, wenn ich auch durch den fucking Bus gehen kann? Digi, meine Fresse, seit wann ist abtreten und Erste Hilfe gleichen Scheißpaste, Digi, wie mich das ankotzt, unnötiges Erste Hilfe ist etwa ballern. Digi, konntest du mich das an? Digi, dein Ernst? Langsam hat die Schnauze voll davon. Digi, was ist das von den Tasten der Lego? Digi, das Ding kannst du dir nachschieben. Brauche ich keine Schwuchte. was ist das? Wieso? Ah! Langsam habe ich die Schnurze voll von meinem Fick, Alter. Wenn man schon mal nicht fucking Munition kaufen kann, Diggi. Fonderevolver, Stufe 10, Stufe 19. Dann kannst du auch... Diggi. 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 Wee! So, dann mache ich hier mal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge uns wieder.